Sie wurden von einer Behörde ungerecht behandelt? Ihr Verwaltungsverfahren wird verzögert und Sie wissen nicht warum? Sie möchten die Sachlage als auch die rechtlichen Aspekte überprüfen, wissen aber nicht wie? Dann ist dies ein klarer Fall für die Volksanwaltschaft. Wurden Sie ungerecht behandelt oder fühlen sich bei den Verwaltungen, Instituten, Sanitätsbetrieben, Gemeinden oder staatlichen Behörden überfordert? Die Volksanwaltschaft ist kostenlos für alle da und hilft Ihnen, zu Ihrem Recht zu kommen. Wir prüfen Ihre Beschwerde, bemühen uns um Lösungen und tragen Sorge, dass ein Verwaltungsakt oder Verfahren ordnungsgemäß und rasch abgewickelt wird. Dabei sind wir bei Konflikten stets auf Ihrer Seite. Außerdem leiten wir Verbesserungsvorschläge und Anregungen betreffend Gesetze und Behörden direkt an den Südtiroler Landtag weiter. Kommen Sie zur Volksanwaltschaft und lassen Sie sich von unseren Experten in Bozen, Brixen, Meran, Bruneck oder bei den Außensprechstunden in den anderen größeren Gemeinden vertraulich beraten. Die Südtiroler Volksanwaltschaft Hier ist ein Verwaltungs- und Verwaltungsgericht. Die Südtiroler Volksanwaltschaft